Ich habe von weitem Donner gehört, das heißt, es könnte gleich gewittern. Ich hoffe, dass dieser Gewitter vorbeizieht, weil nicht, dass es genauso sein wird, wie diese eine Nacht, wo ich bei heftigen Gewittern hier in diesem Wald hier total gefangen war. Ganz sei leider. Ich blende euch mal eine kurze Szene ein. Das Gewitter wird immer heftiger und dieser Regen mit der Spritze hierher. Ich wünschte, ich hätte diesen Tab andersrum aufgespannt, dass ich da irgendwie Band habe. Aber das ganze Regen, der kommt hierher. Das ist voll scheiße. Da ist Tropfen vom Kopf drauf und so. Der Regen muss weg. Das ist wichtiger, stark Regen. Damit die Blitzen oder sowas. Dieser Gewitter muss weg. Ei, 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 ei. Der kommt immer näher. Das ist kein gutes Wetter zum Bivakieren. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Ich will einfach nicht aufhören. Das geht die ganze Zeit so. Ja, genau. Das war auf jeden Fall eine Nacht gewesen, die nicht langweilig war. Wobei mir ist nie langweilig. Ich kenne Langweile gar nicht. Auch ohne Handy ist mir nie langweilig. Das ist eine Männlichkeitseigenschaft. Nicht so wie diese ganzen modernen Leute hier, die ohne Handy gar nicht können. Geschwister, dass du einfach nurbackground, Aber nach dem Krieg,